Ich bin ein Superstar. Ich bin Bibi. Nein, ich bin Musikproduzentin Sören Schnabel, aber ich bin in Österreich und es sind 50.000 Fans und ich schminke mich jetzt. Ich schminke mich jetzt. Ich schminke mich jetzt. Ich schminke mich. Was passiert? Ich schminke mich ja wirklich. Was ist denn das? Was? Ich schminke mich. Ich komme auch auf den Rundteppich.